Hallo Leute, ich bin Hennady und ich bin 16 Jahre alt, komme aus Deutschland und das gilt auch für meine Freunde Chris und Fergie, die mit mir den Kanal verwalten. Wir drei haben wirklich großen Spaß daran, die weiten von Minecraft Welten zu erkunden und wir sind auch beim Bauen keine Amateure. Wir sind schon ganz gut, wir können ganz schöne Gebäude bauen. Hier im Hintergrund seht ihr ein paar Beispiele von unserem Lieblingsserver CraftingPlanet, wo auch ein Link in der Videobeschreibung ist. Das Serverteam ist dort auch sehr nett und wir kennen uns sehr sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Jetzt wisst ihr, was hier abgeht und wir hoffen, dass du jetzt neugierig geworden bist und weiter Videos von mir beziehungsweise uns guckst.